Herr Wöller! Jeder Versuch, mich aufzuhalten, ist zwecklos. Ich möchte Sie nicht aufhalten, ich will Sie warnen. Hier geht nämlich gleich die Welt unter! Das ist ein Zeichen des Herrn, wegen unserem sündigen Treiben. Deswegen müssen wir uns vorbereiten. In Kaltental gibt es eine Bunkeranlage, aber sie liegt unter dem Klostergelände. Um Himmels Willen! Die neue Staffel. Ab Dienstag, 20.15 Uhr im Ersten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017